... ... Dann bleiben wir jetzt genau noch neun Minuten und zwölf Sekunden. Urkomisch! Danke. Ach, ich freue mich, dich wiederzusehen, weißt du? Ich auch. Klingt überzeugend. Glaub mir, es ist so. Ja, also, ich möchte hier noch nicht weiter stören. Christoph, sei nicht albern. Du gehörst doch mit zur Familie. Naja, also, äh, ich komme ja auch gerade erst von der Arbeit und, äh, ich habe so viel versprochen, heute früh nach Hause zu kommen. Aber bleib doch noch ein bisschen. Nur ein viel, Junge. So viel mit wegen der kleinen Versprechen muss ich gleich durchgehen. Bitte. Ja, fahr mich verwitzt. Man muss dir nur einen kleinen Wunsch geben und du wirst wieder annähernd ein Mensch. Ich versuche nur annähernd höflich zu sein. So, nicht, dass ich mich langweile, aber ich muss wieder nacken. Bitte? Wenn man geht, dann sagt man manchmal, hoffentlich sehen wir uns mal wieder oder bis bald. Manchmal geht man sogar so weit, sich ein Küsschen zugeben. Oh. Mir ist nicht danach. Was machst du? Eie Affäre mit diesem William! Ich? Ja! Ich mit ihm! Auch du mit ihm! Ach! Anscheinend hast du versucht, mit ihm zu schlafen. Ich? Du? Das hat Clara gesagt! Das hat Clara gesagt! Ach! Oh, 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 so eine verrückte... Sowas würde ich nie tun. Und in unserem Gedächtnis sollen sie wunderschön bleiben. Wie kommst du darauf? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Mathieu! Das ist das letzte Mal, dass wir miteinander... Das ist doch passiert! Mit Charlotte unter Dale zu leben könnte schwierig werden. Du könntest feststellen, dass es einen Fehler hat, zurückzukommen. Nein, aber die Frage stellt sich nicht. Dein Bruder erträgt mich nicht mehr. Wir werden ja sehen, wie er sich da rausfindet. Lass mich los! Ah! Warte! Hör auf! Ich habe dich gesehen! Hast du? Ja. Ich hab... ...